Dieses zu veräußernde modernisierte 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht im Kreis Schaumburg. 1980 wurde dieses Haus erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Garagenparkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 800 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 118 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 92.500 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017